Die verwandelte Nacht Der ferne Widerhall eines hartnäckigen Klopfens riss Simon aus einer Welt voller tanzender Bilder und Monde, die zu glühenden Silbermünzen verschmolzen. Das Geräusch drang erneut an ihre Ohren, und diesmal wurde Simon endgültig wach und begriff, dass die Müdigkeit stärker gewesen war, als ihr Vorsatz, vor Mitternacht noch ein paar Kapitel zu lesen. Als sie ihre Lesebrille aufhob, hörte sie es wieder. Jemand klopfte leise an das Fenster, das zur Veranda hinausging. Simon stand auf und erkannte Lazarus' lächelndes Gesicht auf der anderen Seite der Scheibe. Sofort spürte sie, wie er das Blut in die Wangen schoss. Während sie die Tür öffnete, betrachtete sie sich im Spiegel im Vorraum. Ein Desaster. Guten Abend, Madame Sauvel. Vielleicht komme ich ungelegen. Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, habe ich gelesen und bin fest eingeschlafen. Das heißt, Sie sollten das Buch wechseln. Vermutlich. Aber kommen Sie doch herein. Ich möchte Ihnen nicht lästig fallen. Reden Sie keinen Unsinn, bitte. Treten Sie näher. Lazarus nickte höflich und trat ins Haus. Seine Augen schweiften rasch durch den Raum. Das Haus war nie in einem besseren Zustand. Gratuliere. Ach, das ist allein Iréns Verdienst. Sie ist die Dekorateurin in der Familie. Eine Tasse Tee? Kaffee? Ein Tee wäre perfekt. Aber kein Wort mehr. Mir wird er auch gut tun. Ihre Blicke begegneten sich für einen Moment. Lazarus lächelte freundlich. Simon senkte verwirrt den Blick und konzentrierte sich darauf, den Tee für sie beide zuzubereiten. Sie werden sich nach dem Grund meines Besuchs fragen, begann der Spielzeugfabrikant. In der Tat, dachte Simon bei sich. Ich mache jeden Abend einen kleinen Spaziergang durch den Wald bis zu den Klippen. Es hilft mir, mich zu entspannen. Es entstand eine Pause zwischen Ihnen, während das Wasser im Teekessel summte. Haben Sie schon von dem jährlichen Maskenball in Bay Bleu gehört, Madame Sauvel? Am letzten Vollmond im August, rief Simon sich in Erinnerung. So ist es. Ich habe mich gefragt. Nun, Sie sollen wissen, dass mein Vorschlag Sie zu nichts verpflichtet. Andernfalls würde ich es nicht wagen, ihn auszusprechen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache. Lazarus schien mit sich zu ringen wie ein nervöser Penela. Sie lächelte ihm aufmunternd zu. Ich habe mich gefragt, ob Sie wohl Lust hätten, mich dieses Jahr zu begleiten, schloss der Mann schließlich. Simon schluckte. Lazarus lächeln erstarb. Es tut mir leid, ich hätte Sie nicht fragen sollen. Nehmen Sie meine Entschuldigung an. Mit oder ohne Zucker? Warf Simon freundlich ein. Bitte? Der Tee. Mit oder ohne Zucker? Zwei Löffel. Simon nickte und rührte die beiden Löffel Zucker langsam um. Dann reichte sie Lazarus lächelnd die Tasse. Womöglich habe ich Sie beleidigt. Das haben Sie nicht, ich bin es nur nicht mehr gewöhnt, dass mich jemand einlädt, mit ihm auszugehen. Aber ich würde gerne mit Ihnen zu diesem Ball gehen, antwortete sie, überrascht über ihre eigene Entscheidung. Auf Lazarus Gesicht erschien ein strahlendes Lächeln. Für einen Augenblick fühlte sich Simon dreißig Jahre jünger. Es war ein zwiespältiges Gefühl, auf halben Wege zwischen erhebend und lächerlich. Ein gefährlich, berauschenes Gefühl, ein Gefühl, das stärker war als Scham, Bedenken oder ein schlechtes Gewissen. Sie hatte vergessen, wie beflügelnd es war, zu spüren, dass sich jemand für sie interessierte. Zehn Minuten später ging das Gespräch auf der Veranda des Hauses am Kap weiter. Die Öllampen, die an der Wand hingen, schaukelten im Seewind. Lazarus saß auf der hölzernen Brüstung und sah zu den Baumkronen des Waldes hinüber, die rauschten wie ein schwarzes, wogendes Meer. Simon betrachtete das Gesicht des Spielzeugfabrikanten. Es freut mich zu hören, dass sie sich in dem Haus wohlfühlen, bemerkte Lazarus. Wie leben sich ihre Kinder in der blauen Bucht ein? Ich kann nicht klagen, im Gegenteil. Irene scheint schon mit einem Jungen aus dem Dorf angewandelt zu haben, einem gewissen Ismael. Kennen Sie ihn? Ismael? Ja, natürlich. Ein anständiger Junge scheint mir, sagte Lazarus zurückhaltend. Das hoffe ich. Offen gestanden warte ich noch darauf, dass sie ihn mir vorstellt. Ach, so sind die jungen Leute. Man muss sich in sie hineinversetzen. Wahrscheinlich mache ich mich wie alle Mütter lächerlich, indem ich meine fast fünfzehnjährige Tochter überbehüte. Das ist doch nur natürlich. Ich weiß nicht, ob sie das genauso sieht. Lazarus lächelte, sagte aber nichts. Was wissen Sie über ihn? fragte Simon. Über Ismael? Nun ja, nicht sehr viel. Fest steht, dass er ein guter Seemann ist. Ich halte ihn für einen in sich gekehrten jungen Mann, der sich nicht leicht damit tut, Freunde zu finden. Ehrlich gesagt kenne ich mich im Dorfleben auch nicht besonders gut aus. Aber ich glaube nicht, dass sie sich Sorgen machen müssen. Das Stimmengemurmel stieg in unregelmäßigen Spiralen zu seinem Fenster herauf, wie der Rauch einer schlecht ausgedrückten Zigarette. Es zu ignorieren war unmöglich. Das Rauschen des Meeres übertönte kaum die Worte von Lazarus und seiner Mutter dort unten auf der Veranda, obwohl sich Dorian für einen Moment wünschte, dass es so wäre und er diese Unterhaltung niemals mit angehört hätte. Da war etwas in jedem Satz, in jeder Betonung, das ihn beunruhigte. Etwas Unbestimmbares, Unsichtbares, das jede Wendung des Gesprächs zu durchdringen schien. Womöglich war es einfach die Vorstellung, seine Mutter vergnügt, mit einem Mann plaudern zu hören, der nicht sein Vater war, selbst wenn es sich bei diesem Mann um Lazarus handelte, den Dorian als Freund betrachtete. Vielleicht war es diese Vertrautheit, die jedes Wort zwischen den beiden zu durchtränken schien. Vielleicht, sagte sich Dorian, schließlich war es nur Eifersucht und der dumme, trotzige Anspruch, dass seine Mutter nie wieder Freude an einem Gespräch mit einem anderen erwachsenen Mann empfinden dürfe, und das war ziemlich egoistisch, egoistisch und ungerecht. Schließlich war Simon nicht nur seine Mutter, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut, die sich vermutlich Freunde wünschte und andere Gesellschaft als nur die ihrer Kinder. Das konnte man in jedem Buch lesen, das etwas auf sich hielt. Dorian ging das Ganze noch einmal theoretisch durch. Auf dieser Ebene erschien ihm alles bestens. In der Praxis allerdings sah das ganz anders aus. Ohne das Licht in seinem Zimmer anzumachen, trat Dorian vorsichtig ans Fenster und warf einen flüchtigen Blick auf die Terrasse. Ein Egoist und darüber hinaus auch noch ein Spion schien eine Stimme in seinem Inneren zu flüstern. Aus seinem bequemen, versteckenden Dunkelheit sah Dorian den Schatten seiner Mutter, der auf die Veranda fiel. Lazarus stand schwarz und reglos daneben und blickte aufs Meer hinaus. Dorian schluckte. Der Wind bewegte die Vorhänge, hinter denen er sich verbarg, und der Junge trat instinktiv einen Schritt zurück. Die Stimme seiner Mutter formte einige unverständliche Wörter. Es ging ihm nichts an, beschloss er, beschämt darüber, dass er heimlich spioniert hatte. Der Junge wollte gerade leise seinen Platz am Fenster verlassen, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung im Zimmer wahrnahm. Dorian fuhr herum, während er spürte, wie sich ihm sämtliche Nackenhaare aufstellten. Das Zimmer lag im Dunkeln, nur durchzogen von schmalen, bläulichen Lichtstreifen, die durch die wehenden Vorhänge sickerten. Seine Hand tastete langsam über den Nachttisch, um nach dem Lichtschalter zu suchen. Das Holz war kalt. Erst nach einigen Sekunden fanden seine Finger den Knopf. Die Metallspirale im Inneren der Glühbirne flammte kurz auf und verlosch stand zischend. Das plötzliche Aufleuchten blendete ihn für einen Augenblick. Danach wurde die Dunkelheit noch finsterer, wie ein tiefer schwarzer Brunnen. Die Glühbirne ist durchgebrannt, sagte er sich, nichts Besonderes. Das Wolfram, aus dem der Glühfaden gemacht wird, hat eben nur eine begrenzte Lebensdauer. Das hatte er in der Schule gelernt. All diese beruhigenden Gedanken versagten, als Dorian erneut diese Bewegung in der Dunkelheit wahrnahm. Genauer gesagt war es die Dunkelheit selbst, die sich bewegte. Es überlief in eiskalt, als er bemerkte, dass sich in der Schwerze vor ihm eine Gestalt herauszubilden schien. Der schwarze, dichte Schemen verharrte in der Zimmermitte. Er beobachtet mich, flüsterte die Stimme in seinem Inneren. Der Schatten schien in der Dunkelheit näher zu kommen, und Dorian stellte fest, dass es nicht der Boden war, der sich bewegte, sondern seine Knie, die beim Anblick dieser gespenstischen Gestalt, die Schritt für Schritt näher kam, vor lauter Angst schlotterten. Dorian wich einige Schritte zurück, bis er in dem schwachen Lichtfleck stand, der durchs Fenster fiel. Der Schatten hielt an der Schwelle der Dunkelheit inne, der Junge spürte, wie seine Zähne klapperten, aber er presste die Kiefer fest aufeinander und unterdrückte seinen Drang, die Augen zu schließen. Plötzlich schien jemand etwas zu sagen. Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff, dass er es selbst war. Mit feste Stimme und ohne eine Spur von Angst. »Verschwinde«, sagte er in die Dunkelheit hinein. »Verschwinde«, habe ich gesagt. Ein furchterregendes Geräusch war zu hören, ein Geräusch, das wie das ferne Echo eines grausamen, bösartigen Lachens klang. Im gleichen Augenblick tauchten die Gesichtszüge des Schattens aus der Dunkelheit auf wie ein Spiegelbild auf tiefschwarzem Wasser, düster, dämonisch. »Verschwinde«, hörte Dorian sich selbst sagen. Die schwarze Nebelgestalt löste sich vor seinen Augen auf, und der Schatten bewegte sich rasend schnell wie eine Wolke aus glühendem Gas durch das Zimmer zur Tür. Dort verwandelte sich das Gebilde in eine schwebende Spirale, die von einer unsichtbaren Kraft durch das Schlüsselloch gesogen wurde wie ein Tornado aus dunkelster Schmerze. Erst jetzt flammte die Glühbirne wieder auf und tauchte das Zimmer in warmes Licht. Der Junge schrie beinahe vor Schreck. Sein Blick schoss in jeden Winkel des Zimmers, doch nirgendwo war eine Spur der Erscheinung zu entdecken, die er Sekunden zuvor zu sehen geglaubt hatte. Dorian atmete tief durch und ging zur Tür. Als er die Hand auf den Türgriff legte, war das Metall eiskalt. Entschlossen öffnete er die Tür und spähte in den dunklen Flur. Nichts. Leise schloss er sie wieder und trat erneut ans Fenster. Unten auf der Veranda verabschiedete sich Lazarus von seiner Mutter. Bevor er sich auf den Weg machte, beugte sich der Spielzeugfabrikant hinunter und küsste sie auf die Wange. Es war ein kürzer Kuss, beinahe hingehaucht. Dorian spürte, wie sich sein Magen zur Größe einer Erbse zusammenkrampfte. In diesem Moment blickte der Mann aus der Dunkelheit zu ihm auf und lächelte ihm zu. Das Blut gefror ihm in den Adern. Im Mondlicht ging der Spielzeugfabrikant langsam auf den Wald zu. Doch so sehr Dorian sich auch bemühte, er konnte nicht sehen, wohin Lazarus Schatten fiel. Kurz darauf verschluckte ihn die Dunkelheit. Nachdem sie einem langen Korridor gefolgt waren, der die Spielzeugfabrik mit dem Wohnhaus verbannt, betraten Ismael und Irene das Innerste von Cravenmoor. Unter dem Mantel der Nacht wirkte Lazarus Anwesen wie ein Palast der Finsternis, dessen von unzähligen mechanischen Geschöpfen bevölkerte Galerien in alle Himmelsrichtungen in die Dunkelheit abzweigten. Die bunte Laterne, die über der spindelförmigen Treppe in der Mitte des Hauses hing, versprühte einen Regen aus roten, goldenen und blauen Lichtreflexen, die im Inneren von Cravenmoor zurückstrahlten wie aus einem Kaleidoskop entwichene Glasperlen. Irene musste bei den erstarrten Figuren der Automaten und den ausdruckslosen Gesichten entlang der Wände an einen unheimlichen Zauber denken, der die Seelen früherer Hausbewohner gefangen hielt. Ismael war da nüchterner und sah in ihnen lediglich den verworchenen, unergründlichen Geist ihres Schöpfers. Doch das beruhigte ihn keinesfalls, im Gegenteil. Je weiter sie in Lazarus Jeans Privatgemächer vordrangen, desto intensiver war die unsichtbare Gegenwart des Spielzeugfabrikanten zu spüren. Seine Persönlichkeit steckte in jedem kleinen Detail dieses barocken Baus, von dem mit Fresken bemalten Decken die Szenen aus bekannten Märchen zeigten, bis zu dem Boden, über den sie gingen, ein nicht enden wollendes Schachbrett, dessen hypnotisches Muster dem Auge in einem raffinierten optischen Effekt endlose Tiefe vortäuschte. Durch Cravenmoor zu streifen war er, als wandelte man durch einen atemberaubenden und zugleich beängstigenden Traum. Ismail blieb am Fuß der Treppe stehen und betrachtete, wie sie sich in die Höhe wandte. Unterdessen bemerkte Irene wie eines von Lazarus mechanischen Uhrengesichtern in Form einer Sonne, die Augen aufschlug und ihnen zulächelte. Als der Stundenzeiger auf Mitternacht wanderte, drehte sich die Scheibe um und an die Stelle der Sonne trat ein Mond, von dem ein gespenstisches Leuchten ausging. Die dunkelglänzenden Augen des Mondes wanderten langsam hin und her. »Gehen wir rauf!« »Hannas Zimmer war im zweiten oder dritten Stock,« flüsterte Ismail. »Hier gibt es Dutzende von Zimmern, Ismail. Woher sollen wir wissen, welches ihres war?« »Hanna hat mir mal erzählt, dass ihr Zimmer am Ende eines Korridors lag. Mit Blick auf die Bucht, glaube ich.« Irene nickte, obwohl sie diese Erklärung nicht sehr erhellend fand. Der Junge schien von der Atmosphäre dieses Ortes genauso beeindruckt zu sein wie sie. Aber das würde er in hundert Jahren nicht zugeben. Beide warfen einen letzten Blick auf die Uhr. »Es ist schon Mitternacht. Lazarus wird bald zurück sein,« sagte Irene. »Dann mal los.« Die Treppe wandte sich in einer byzantinischen Spirale nach oben, die das Gesetz der Schwerkraft aufzuheben schien. Nach einem schwindelerregenden Aufstieg ließen sie den ersten Stock hinter sich. Ismail packte Erens Hand und stieg weiter hinauf. Die Wölbung der Wände wurde nun stärker, und der Weg glich allmählich einem in den Stein gehauenen, klaustrophobischen Schlund. »Nur noch ein kleines Stück,« sagte der Junge, der Erens ängstliches Schweigen richtig deutete. Eine Ewigkeit später, in Wirklichkeit waren es dreißig Sekunden, konnten die beiden die beklemmende Treppe hinter sich lassen und erreichten den Zugang zum zweiten Stockwerk von Cravenmoor. Vor ihnen lag der Hauptkorridor des Ostflügels. Eine Schar versteinerte Figuren lauerte in der Dunkelheit. »Am besten wir teilen uns auf,« stellte Ismail fest. »Ich wusste, dass du das sagen würdest.« »Dafür darfst du dir aussuchen, welchen Teil du dir vornimmst,« versuchte Ismail zu scherzen. Eren sah sich um. Nach Osten waren drei in Kapuzen gehüllte Figuren rings um einen riesigen Kessel zu erkennen, Hexen. Das Mädchen zeigte in die entgegengesetzte Richtung. Diesen. »Es sind nur Maschinen, Irene. Sie sind leblos, nichts weiter als Spielzeug. Erzähl mir das morgen früh. In Ordnung. Ich sehe mir diesen Teil an. Wir treffen uns in fünfzehn Minuten hier. Wenn wir nichts gefunden haben, Pech, dann gehen wir. Versprochen.« Sie nickte. Ismail reichte ihr seine Streichholzschachtel. »Für alle Fälle.« Irene steckte sie in ihre Jackentasche und warf Ismail einen letzten Blick zu. Der Junge beugte sich vor und küßte sie sacht auf den Mund. »Viel Glück.« Bevor sie antworten konnte, ging er den Korridor hinunter, der in tiefschwarze Finsternis getaucht war. »Viel Glück«, dachte Irene. Die Schritte des Jungen verhalten hinter ihr. Irene atmete tief durch und ging zum entgegengesetzten Ende der Galerie, die durch die zentrale Kuppel des Hauses lief. Die Galerie teilte sich, als sie auf die Treppe traf. Irene beugte sich leicht über den Abgrund, der bis ins Erdgeschoss reichte. Ein Bündel gebrochenen Lichts fiel senkrecht von der Laterne in der Kuppel herab und formte einen Regenbogen, der durch die Dunkelheit brach. An diesem Punkt gabelte sich die Galerie in zwei Richtungen, nach Süden und nach Westen. Der Westflügel war der einzige, der Sicht auf die Bucht bot. Ohne einen Augenblick zu zögern, betrat Irene den langen Gang und ließ die beruhigende Helligkeit hinter sich, die von der Laterne ausging. Plötzlich bemerkte das Mädchen, dass ein durchscheinender Stoff den Gang abtrennte. Ein dünner Gasevorhang, hinter dem der Korridor auffällig anders aussah als überall sonst. Es waren keine Figuren mehr zu sehen, die in der Dunkelheit lauerten. Ein Buchstabe war auf den Ring gestickt, der den trennenden Vorhang hielt. Eine Initiale. A. Irene schlug den Vorhang mit den Händen beiseite und passierte diese sonderbare Grenze, die den Westflügel zweizuteilen schien. Ein kalter Hauch streifte ihr Gesicht und das Mädchen bemerkte zum ersten Mal, dass die Wände über und über mit Holzschnitzereien bedeckt waren. Es waren nur drei Türen zu sehen, zwei zu beiden Seiten des Korridors und eine dritte, größere, an der Stirnseite, auch sie verziert mit der Initiale, die sie auf dem Vorhang gesehen hatte. Irene ging langsam auf die Tür zu. Die Holzreliefs ringsum zeigten geheimnisvolle Szenen, die von merkwürdigen Kreaturen bevölkert waren. Eine ging in die nächste über, einen Ozean aus Hieroglyphen bildend, deren Bedeutung ihr vollständig verborgen blieb. Als Irene die Tür am Ende des Flurs erreichte, war sie bereits zu der Überzeugung gelangt, dass Hannah unmöglich ein Zimmer in diesem Trakt bewohnt haben konnte. Doch die Anziehungskraft dieses Ortes war stärker als die unheimliche Aura des Verbotenen, die von ihm ausging. Eine intensive Präsenz schien in der Luft zu liegen, eine fast greifbare Präsenz. Irene spürte, wie ihr Puls raste. Sie legte ihre zitternde Hand auf den Türknauf. Etwas hielt sie zurück, eine Vorahnung. Noch war Zeit, umzukehren, zu Ismael zurückzugehen und das Haus zu verlassen, bevor Lazarus ihr Eindringen bemerkte. Der Türknauf drehte sich sachte unter ihren Fingern, glitt an ihrer Haut entlang. Irene schloss die Augen. Es gab keinen Grund, dort hineinzugehen. Sie brauchte nur umzukehren. Es gab keinen Grund, dieser unwirklichen, traumhaften Aura nachzugeben, die ihr einflüsterte, die Tür zu öffnen und unwiderruflich die Schwelle zu übertreten. Das Mädchen öffnete die Augen. Der Korridor wies den Weg zurück durch die Dunkelheit. Irene seufzte und ihr Blick blieb an den Lichtschlieren hängen, die über den Gasevorhang huschten. In diesem Moment zeichnete sich eine dunkle Gestalt hinter dem Vorhang ab und blieb auf der anderen Seite stehen. »Ismael«, flüsterte Irene. Die Gestalt verharrte einige Sekunden reglos. Dann zog sie sich lautlos in die Dunkelheit zurück. »Ismael«, »bist du's?« Das langsame Gift der Panik begann sich in ihre Adern zu schleichen. Ohne den Blick von jenem Punkt abzuwenden, öffnete sie die Tür zu dem Zimmer, schlüpfte hinein und schloss sie wieder hinter sich. Für einen Moment wurde sie von dem Saphirblauen Licht geblendet, das durch die hohen, schmalen Fenster drang. Als sich ihre Augen an die schillernde Helligkeit im Zimmer gewöhnt hatten, gelang es ihr mit zitternden Händen, eines der Streichhölzer zu entzünden, die Ismael ihr überlassen hatte. Im rötlichen Schein der Flamme wurde ein feudaler Salon sichtbar, dessen Luxus und Pracht einem Märchenbuch zu entstammen schienen. Der überbautende Stück der Decke lief in der Zimmermitte zu einem barocken Strudel zusammen. Am anderen Ende des Raumes stand ein kostbares Himmelbett mit langen, goldfarbenen Vorhängen. In der Mitte des Zimmers befand sich ein Marmortisch mit einem großen Schachspiel darauf, dessen Figuren aus Kristall geschliffen waren. Am anderen Ende des Raumes entdeckte Irene eine weitere Lichtquelle, die zu der unwirklichen Atmosphäre beitrug, der tiefe Rachen eines Kamins, in dem dicke Holzscheite glühten. Darüber hing ein großes Porträt. Ein blasses Antlitz mit den feinsten Gesichtszügen, die man sich vorstellen konnte, umrahmte die unergründlichen, traurigen Augen einer hinreißend schönen Frau. Die Dame auf dem Bild trug ein langes, weißes Kleid und im Hintergrund sah man die Leuchtturminsel in der Bucht liegen. Irene ging langsam auf das Gemälde zu, wobei sie das brennende Streichholz hochhielt, bis die Flamme ihr die Finger verbrannte. Als sie die Wunde ableckte, sah sie einen Kerzenleuchter auf einem Schreibtisch stehen. Sie brauchte ihn nicht unbedingt, aber sie entzündete dennoch mit einem weiteren Streichholz die Kerze. Die Flamme verbreitete einen hellen Schein ringsum. Auf dem Schreibtisch lag ein ledergebundenes Buch, es war in der Mitte aufgeschlagen. Irene kannte die so vertraute Handschrift auf dem packamentartigen Papier wieder, bedeckt von einer Staubschicht, die es fast unmöglich machte, die Seiten zu lesen. Das Mädchen pustete vorsichtig und eine Wolke aus tausenden glitzernder Teilchen breitete sich auf dem Tisch aus. Sie nahm das Buch zur Hand und blätterte, bis sie auf der ersten Seite angelangt war. Sie hielt das Buch ans Licht und las die silbergeprägten Buchstaben. Während ihr Verstand allmählich erfasste, was das alles bedeutete, setzte sich langsam das Grauen in ihrem Nacken fest wie eine eisige Nadel. Alexandra Alma Maltis Lazarus Joseph Jeanne 1915 Ein brennendes Holzscheit knackte im Feuer und versprühte kleine Funken, die auf dem Boden verglommen. Irene schloss das Buch und legte es auf den Tisch. In diesem Moment bemerkte sie, dass sie jemand vom anderen Ende des Zimmers durch den Vorhang des Himmelbetts beobachtete. Eine zierliche Gestalt lag auf dem Bett, eine Frau. Irene trat einige Schritte auf sie zu, die Frau hob eine Hand. Alma, wisperte Irene, erschreckt über den Klang ihrer eigenen Stimme. Sie ging bis zum Bett und blieb auf der anderen Seite der Vorhänge stehen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals und ihr Atem ging stoßweise. Langsam zog sie die Vorhänge beiseite. Im gleichen Augenblick wehte ein eisiger Lufthauch durchs Zimmer und ließ die Kerzen flackern. Irene blickte zur Tür. Ein Schatten breitete sich auf dem Boden aus wie ein großer Tintenfleck, der unter der Tür hindurchsickerte. Ein gespenstisches Geräusch, eine ferne, hass-erfüllte Stimme schien etwas aus der Dunkelheit zu flüstern. Im nächsten Augenblick flog die Tür mit gewaltiger Kraft auf und schlug innen ins Zimmer, wobei sie beinahe die Angeln aus der Wand riss, die sie hielten. Als eine Hand mit langen, messerscharfen, stählernen Klauen aus der Dunkelheit auftauchte, schrie Irene, so laut sie konnte. Ismael begann zu vermuten, dass ihm bei der Lagebestimmung von Hannas Zimmer ein Fehler unterlaufen war. Als sie ihm das Haus beschrieben hatte, hatte sich der Junge seinen eigenen Plan von Cravenmoor gemacht. Doch einmal in seinem Inneren kam ihm der labyrinthähnliche Aufbau des Anwesens unbeutschaubar vor. Alle Zimmer in dem Flügel, den er erkunden wollte, waren fest verschlossen. Kein einziges Schloss hatte bei seinen Versuchen nachgegeben und die Uhr schien angesichts seines völligen Scheiterns keinerlei Erbarmen mit ihm zu haben. Die vereinbarten 15 Minuten waren ergebnislos verstrichen und die Vorstellung, die Suche für diese Nacht abzubrechen, erschien ihm verlockend. Ein Blick auf das düstere Innenleben bot ihm tausenderlei Vorwände von hier zu verschwinden. Sein Entschluss, das Haus zu verlassen, stand bereits fest, als er Iréns Schrei hörte. Kaum mehr als ein dünnes Stimmchen das von irgendeinem entfernten Ort durch die Dunkelheit von Cravenmoor halte. Das Echo breitete sich in verschiedene Richtungen aus. Ismael spürte, wie ihm das Adrenalin in die Adern schoss und er rannte zum anderen Ende des endlosen Korridors so schnell in seine Beine trugen. Er hatte kaum einen Blick für den unheimlichen, von dunklen Schemen bevölkerten Tunnel, der an ihm vorbeizog. Er lief unter dem gebrochenen Licht der Kuppellaterne hindurch und ließ die Abzweigungen zu den Gängen rings um die zentrale Treppe hinter sich. Das Muster der Bodenfliesen schien sich unter seinen Füßen auszudehnen und die schwindelerregende Flucht des Korridors wurde vor seinen Augen immer länger, als dehnte er sich ins Endlose aus. Erneut waren Iréns Schreie zu hören, näher diesmal. Ismael durchquerte den durchsichtigen Vorhang und entdeckte schließlich das Zimmer am Ende des Westflügels. Ohne lange zu überlegen, stürzte der Junge hinein, ohne zu wissen, was ihn dort erwartete. Im Widerschein des Feuers, das im Kamin knisterte, erkannte er undeutlich ein riesiges Zimmer. Iréns Silhouette, die sich vor einem großen, in blaues Licht getauchten Fenster abzeichnete, beruhigte ihn zunächst, doch dann sah er das blanke Entsetzen in den Augen des Mädchens. Ismael drehte sich instinktiv um und das, was er dort vor sich sah, vernebelte ihm den Verstand, lähmte ihn wie der hypnotisierende Tanz einer Schlange. Aus der Dunkelheit löste sich eine gewaltige Gestalt und breitete zwei große, schwarze Schwingen aus, wie eine Fledermaus oder ein Dämon. Der Engel streckte seine langen Arme aus, die in spitzen Klauen mit langen, schwarzen Fingern ausliefen. Die stählernen Klingen seiner Nägel blitzten vor seinem unter einer Kapuze verborgenen Gesicht. Ismael wich einen Schritt in Richtung Feuer zurück und der Engel sah auf, offenbarte im Schein der Flammen seine Gesichtszüge. Diese unheimliche Gestalt war mehr als nur eine Maschine. Etwas hatte sich in ihr Inneres zurückgezogen und verwandelte sie in eine teuflische Marionette, ein greifbares, bösartiges Wesen. Der Junge riss sich zusammen, um nicht die Augen zu schließen, und packte das Ende eines halbverkohlten Holzscheids. Das brennende Holzscheid, vor dem Engel hin und her schwenkend, deutete er zur Zimmertür. Geh langsam zur Tür, flüsterte er Irin zu. Das Mädchen vor Angst wie gelähmt reagierte nicht auf seine Worte. Tu, was ich dir sage! Der Ton seiner Stimme riss Irin aus ihrer Erstachung. Sie nickte zitternd und machte sich auf den Weg in Richtung Tür. Sie war kaum zwei Schritte gegangen, als der Engel ihr das Gesicht zuwandte wie ein geduldig lauerndes Raubtier. Irin hatte das Gefühl, am Boden festgenagelt zu sein. Zieh ihn nicht an und geh weiter, befahl Ismael, während er unaufhörlich mit dem Holzscheit vor dem Engel herumfuchtelte. Irin machte einen weiteren Schritt vorwärts. Das Geschöpf folgte ihr mit dem Kopf und das Mädchen begann zu schluchzen. Ismael nutzte die Ablenkung und zog dem Engel das Holzstück über den Kopf. Der Aufprall ließ glühende Funken regnen. Bevor er das Holzscheit wieder zurückziehen konnte, packte eine Pranke das Holz und fünf Zentimeter lange Krallen scharf wie Jagdmesser zerfetzten es vor seinen Augen zu spänen. Der Engel machte einen Schritt auf Ismael zu. Der Junge spürte, wie der Fußboden unter dem Gewicht seines Widersachers vibrierte. Du bist nur eine verdammte Maschine. Ein verdammter Haufen Blech, murmelte er, während er den schrecklichen Anblick der scharlachroten Augen zu verdrängen versuchte, die unter der Kapuze des Engels hervorblitzten. Die dämonischen Pupillen der Gestalt verengten sich langsam zu blutroten Schlitzen in kohlenschwarzer Hornhaut, bis sie an die Augen einer großen Raubkatze erinnerten. Der Engel machte einen weiteren Schritt auf ihn zu. Ismael warf einen raschen Blick zur Tür, es waren mehr als acht Meter bis dorthin. Für ihn gab es kein Entkommen, für Irene hingegen schon. Wenn ich es dir sage, rennst du zur Tür und bleibst nicht eher stehen, bis du aus dem Haus heraus bist. Was redest du da? Keine Diskussionen jetzt, befahl Ismael, ohne den Blick von dem Wesen abzuwenden. Lauf! Der Junge überschlug gerade, wie lange er brauchen würde, um zum Fenster zu gelangen und zu versuchen, über die Gesimse der Fassade zu entkommen, als das Unerwartete geschah. Statt zur Tür zu rennen und zu fliehen, packte Irene ein brennendes Holzscheit aus dem Kamin und stellte sich dem Engel gegenüber. Sieh mich an, du Ungeheuer! brüllte sie und setzte mit dem flackernden Holzstück den Umhang des Engels in Brand. Der Schatten, der sich in seinem Inneren verbarg, ließ einen wütenden Schrei los. Entsetzt warf sich Ismael auf Irene und riss sie gerade noch rechtzeitig zu Boden, bevor die messerscharfen Krallen sie in der Luft zerfetzen konnten. Der Umhang des Engels ging in Flammen auf und die riesige Gestalt verwandelte sich in eine Feuerspirale. Ismael packte Irene am Arm und zog sie hoch. Gemeinsam versuchten sie zum Ausgang zu laufen, doch der Engel stellte sich ihnen in den Weg, nachdem er sich von dem lichterloh brennenden Umhang befreit hatte, der ihn verhüllte. Ein Gerippe aus geschwärztem Stahl kam unter den Flammen zum Vorschein. In Erwartung weiterer sinnloser Heldentaten ließ Ismael das Mädchen keine Sekunde los, zog sie zum Fenster und warf einen Sessel in die Scheibe. Ein Scherbenregen prasselte herunter und der kalte Nachtwind wehte die Vorhänge bis an die Decke. Sie hörten die Schritte des Engels hinter sich. Schnell, spring auf den Mauervorsprung, schrie der Junge. Was? Ohne lange zu zögern drängte er sie nach draußen. Das Mädchen taumelte durch das klaffende Loch in der Scheibe und sah sich einem Abgrund von fast vierzig Metern gegenüber. Er blieb beinahe das Herz stehen, überzeugt, dass sie in Sekunden Bruchteilen in die Tiefe stürzen werde. Doch Ismael lockerte seinen Griff keinen Millimeter und zog sie mit Schwung wieder auf das schmale Sims, das an der Fassade entlang lief wie ein Laufgang in den Wolken. Dann kletterte er hinterher und schob sie vorwärts. Der Wind kühlte den Schweiß, der ihm übers Gesicht ran. Schau nicht nach unten! Sie waren noch nicht weit gekommen, als in dem Fenster hinter ihnen die Klaue des Engels erschien. Seine Krallen fegten einen Schauer aus Glasscherben auf den Stein und hinterließen vier tiefe Scharten in den Quadern. Irene schrie auf, als sie spürte, dass ihre Füße auf dem Sims zitterten und ihr Körper gefährlich auf den Abgrund zuzuwanken schien. Ich kann nicht weitergehen, Ismael. Wenn ich noch einen Schritt mache, werde ich fallen. Du kannst und du wirst. Los! nötigte er sie und umklammerte ihre Hand. Wenn du fällst, fallen wir beide. Das Mädchen versuchte zu lächeln. Plötzlich zerbarst ein paar Meter vor ihnen ein Fenster und tausende Glassplitter wurden nach außen geschleudert. Die Krallen des Engels erschienen in der Öffnung und einen Augenblick später klammerte sich der Körper des Ungeheuers an die Fassade wie eine Spinne. Mein Gott! wimmerte Irene. Ismael versuchte zurückzuweichen und zog sie hinter sich her. Der Engel kroch über den Stein. Seine Gestalt verschmolz beinahe mit den teuflischen Fratzen der Wasserspeier, die den Dachfries der Fassade von Craven murzierten. Der Junge sondierte in fliegender Hast die Möglichkeiten, die sich ihnen boten. Unterdessen kam das Geschöpf Handbreit für Handbreit näher. Ismael, ja, ich weiß. Der Junge wägte ihre Chancen ab, einen Sprung aus dieser Höhe zu überleben. Sie lagen bei Null großzügig betrachtet. Ins Zimmer zurückzuklettern dauerte zu lange. In der Zeit, die sie brauchten, um auf dem Gesims umzukehren, würde der Engel sie erwischen. Er wusste, dass ihm nur ein paar Sekunden blieben, um eine Entscheidung zu der langsam aber unausweichlich auf sie zukroch. Er schluckte und sah in die andere Richtung. Neben ihnen führte das Fallrohr der Regenrenne nach unten. Die eine Hälfte seines Hirns fragte sich, ob diese Konstruktion das Gewicht zweier Personen aushalten würde, während die andere Hälfte darüber nachsah, wie man dieses dicke Rohr zu packen bekommen könnte, ihre letzte Chance. Klammer dich ganz fest an mich, flüsterte er schließlich. Irene sah ihn an, dann schaute sie nach unten in den Abgrund und erriet seinen Gedanken. Oh mein Gott! Ismael zwinkerte ihr zu. Viel Glück, sagte er leise. Die Klaue des Engels bohrte sich nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt in den Stein. Irene schrie auf und umklammerte mit geschlossenen Augen Ismaels Rücken. In schwindelerregendem öffnete, befanden sie sich über dem Nichts. Ismael rutschte praktisch ungebremst das Fallrohr hinunter. Der Magen hing ihm bis zum Hals. Über ihnen rüttelte der Engel an dem Rohr und schlug es gegen die Fassade. Ismael spürte, wie ihm die Reibung erbarmungslos die Haut von den Händen und Unterarmen riss und eine starke Hitze erzeugte, die sich binnen Sekunden in einen rasenden Schmerz verwandeln würde. Der Engel kroch auf sie zu. Er versuchte, das Rohr zu umklammern und riss es mit seinem Eigengewicht aus der Wand. Die metallische Masse des Ungeheuers stürzte in die Tiefe und riss das ganze Regenrohr mit sich, das sich mitsamt Ismael und die Rehen durch die Luft bis zum Boden bog. Der Junge versuchte nicht, die Kontrolle zu verlieren, doch der Schmerz und die Geschwindigkeit, mit der sie fielen, waren stärker. Das Rohr entglitt seinen Händen und die beiden stürzten auf den großen Teich zu, der neben dem Westflügel von Cravenmoor lag. Der Aufprall auf die kalte schwarze Wasserfläche war sehr heftig. Die Geschwindigkeit des Falls beförderte sie bis auf den glitschigen Grund des Sees. Irin spürte, wie das eiskalte Wasser in ihre Nase drang und in ihrer Kehle brannte. Eine Welle panischer Angst überrollte sie. Sie öffnete die Augen unter Wasser und sah vor lauter Brennen nur ein schwarzes Loch. Da tauchte neben ihr eine Gestalt auf. Ismail. Der Junge packte sie und brachte sie an die Oberfläche. Prustend tauchten die beiden auf. Schnell drängte Ismail. Irin bemerkte die Abschürfungen und Wunden an seinen Händen und Armen. Das ist nichts, log der Junge, während er aus dem Teich kletterte. Sie folgte ihm. Ihre Kleider waren klatschnass und klebten in der nächtlichen Kälte an ihrer Haut wie ein schmerzender Panzer aus Eis. Ismail spähte in die Dunkelheit. Wo ist er? Vielleicht ist er beim Aufprall um... Etwas bewegte sich im Gebüsch. Sie erkannten die glutroten Augen sofort. Der Engel war immer noch da und was auch immer ihn antrieb. Er war nicht bereit, sie lebend davon kommen zu lassen. Renn! Die beiden stürzten so schnell sie konnten auf den Waldrand zu. Ihre nassen Kleider behinderten sie und die Kälte begann ihnen in die Knochen zu dringen. Die Geräusche des Engels folgten ihnen durchs Unterholz. Ismael zog das Mädchen hinter sich her, immer tiefer in den Wald hinein, wo der Nebel dichter wurde. Wohin laufen wir? keuchte Irene, als sie merkte, dass sie einen Teil des Waldes betraten, den sie nicht kannte. Ismael hielt sich nicht damit auf, zu antworten und zog sie verzweifelt hinter sich her. Irene spürte, wie das Gestrüpp ihre Knöchel zerkratzte und die Erschöpfung schwer an ihren Muskeln zehrte. Sie konnte dieses Tempo nicht mehr lange durchhalten. Es war nur noch eine Frage von Sekunden, bis das Ungeheuer sie mitten im Wald einholte und mit seinen Klauen zerfleischte. Ich kann nicht mehr. Doch du kannst. Der Junge zerrte sie hinter sich her. Ihr Kopf spielte verrückt und nur wenige Meter hinter ihnen hörte sie das Knacken der Zweige. Für einen kurzen Moment dachte sie, es würde verschwinden. Doch ein stechender Schmerz im Bein brachte ihr die Wirklichkeit schmerzlich ins Bewusstsein. Eine Klaue des Engels war aus dem Gebüsch hervor geschnellt und hatte ihr den Oberschenkel aufgeschlitzt. Das Mädchen schrie auf. Das Gesicht des Ungeheuers erschien hinter ihnen. Irene versuchte die Augen zu schließen, aber sie konnte den Blick nicht von diesem teuflischen Raubtier abwenden. In diesem Moment tauchte der Eingang einer hinter Büschen verborgenen Höhle vor ihnen auf. Ismail rannte hinein und zog sie mit sich. Das war also der Ort, zu dem er sie führte. Eine Höhle. Glaubte Ismail etwa, der Engel Werte zögern, sie auch dorthin zu verfolgen? Als einzige Antwort vernahm Irene das Geräusch, mit dem die Klauen an den Fels Wänden der Höhle entlang kratzten. Ismail zog sie durch den engen Gang, bis er schließlich vor einem Loch im Boden stehen blieb, einer Öffnung in die Tiefe. Ein kalter, salziger Wind strömte daraus hervor. Unten in der Irene starrte in das schwarze Loch. Der direkte Weg in die Hölle wäre einladender gewesen. Was ist da unten? Ismail keucht erschöpft. Die Schritte des Engels klangen nah, sehr nah. Die Fledermaus grotte. Das ist der zweite Zugang? Du hast gesagt, er ist gefährlich. Wir haben keine andere Wahl. Die Blicke der beiden trafen sich im Halbdunkel. Zwei Meter weiter Nirschen. Ismail nickte, das Mädchen nahm seine Hand und sprang mit geschlossenen Augen ins Leere. Der Engel folgte ihnen und stürzte sich ebenfalls in die Höhle. Der Fall durch die Dunkelheit erschien endlos. Als sie schließlich ins Meer eintauchten, drang eine beißende Kälte in jede ihrer Poren. Als sie wieder an die Oberfläche kamen, fiel nur ein schwacher Lichtstrahl durch die Öffnung in der Kuppel der Grotte. Die Brandung spülte sie gegen schroffer Felswände. Wo ist er? fragte Irene bemüht, das durch das eisige Wasser ausgelöste Zittern zu unterdrücken. Die beiden umarmten sich schweigend, während sie jeden Moment damit rechneten, dass dieser Ausgebot der Hölle aus dem Wasser auftauchte und ihnen in der dunklen Höhle den Garaus machte. Doch dieser Moment kam nicht. Ismael entdeckte ihn zuerst. Die scharlachroten Augen des Engels leuchteten vom Grund der Grotte herauf. Sein enormes Gewicht hinderte ihn am Auftauchen. Ein wütendes Brüllen drang durch das Wasser zu ihnen. Das Wesen, das sich des Engels Bediente wandt sich vor Zorn, als es feststellte, dass seine mörderische Marionette in eine Falle gegangen war, die sie unbrauchbar machte. Dieser Metallklumpen würde nie wieder an die Oberfläche gelangen. Er war dazu verdammt, auf dem Grund der Grotte zu liegen, bis das Meer einen Haufen rostigen Schrotts aus ihm gemacht hatte. Die beiden beobachteten, wie das Glühen der Augen verblasste und schließ sich im Wasser für immer erlosch. Ismail seufzte erleichtert auf. Irene weinte still vor sich hin. Es ist vorbei, murmelte das Mädchen zitternd. Es ist vorbei. Nein, sagte Ismail, das war nur eine leblose, willenlose Maschine. Etwas hat sie von innen heraus gelenkt. Das, was versucht hat, uns zu töten, ist immer noch da. Aber was soll das sein? Ich weiß es nicht. In diesem Moment gab es eine Explosion auf dem Grund der Grotte. Eine Wolke schwarzer Bläschen stieg an die Oberfläche und verschmolz zu einem schwarzen Gebilde, das über die Felswände bis zum Eingang in der Kuppel der Grotte glitt. Dort hielt der Schatten inne, um sie zu beobachten. Ist er weg? fragte Irin verängstigt. Ein grausames, giftiges Lachen hallte durch die Grotte. Ismail schüttelte langsam den Kopf. Er lässt uns hier zurück, sagte der Junge, damit die Flut den Rest erledigt. Der Schatten schlüpfte durch den Eingang der Höhle. Ismail atmete auf und brachte Irin zu einem kleinen Felsen, der aus dem Wasser ragte und gerade genügend Platz für sie beide bot. Er hiefte sie auf den Stein und schlang die Arme um sie. Sie zitterten vor Kälte und waren verletzt, aber für einige Minuten lagen sie einfach nur still da und atmeten tief durch. Irgendwann merkte Ismail, dass das Wasser wieder ihre Füße berührte und er begriff, dass die Flut kam. Nicht dieses Wesen, das sie verfolgte, war in die Falle gegangen, sondern sie selbst. Der Schatten hatte sie einem langsamen, schrecklichen Tod überlassen. Schatten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In wenigen Minuten war der Wasserstand um mehrere Zentimeter gestiegen. Irene stellte bald fest, dass die Felsfläche, auf der sie wie schiffbrüchig gekauerten, immer kleiner wurde, Millimeter für Millimeter. Die Flut kommt, murmelte sie. Ismael nickte nur niedergeschlagen. Was wird jetzt mit uns geschehen? fragte sie, auch wenn sie die Antwort erahnte. Aber sie hoffte, der Junge, der doch immer für eine Überraschung gut war, werde im letzten Augenblick irgendeinen Trumpf aus dem Ärmel schütteln. Er warf ihr einen düsteren Blick zu, der Iréns Hoffnungen augenblicklich zunichte machte. Wenn das Wasser steigt, versperrt es den Höhleneingang, erklärte Ismael. Und dann bleibt kein anderer Ausweg mehr als die Öffnung in der Höhlendecke. Aber die ist von hier aus unerreichbar. Er machte eine Pause und sein Gesicht versank in der Dunkelheit. Wir sitzen in der Falle. Draußen ist die Strömung zu stark. Die Vorstellung der langsam ansteigenden Flut, die sie in einem dunklen, kalten Albtraum wie Ratten ertränkte, ließ Irén das Blut in den Adern gefrieren. Auf ihrer Flucht vor dem mechanischen Ungeheuer hatte die Aufregung so viel Adrenalin in ihre Adern gepumpt, dass sie nicht mehr klar denken konnte. Während sie nun in der Dunkelheit vor Kälte zitterte, kam ihr die Aussicht auf einen langsamen Tod unerträglich vor. Es muss doch einen Weg geben, hier herauszukommen. Nein, gibt es nicht. Und was machen wir jetzt? Fürs erste Abwarten. Irén begriff, dass sie den Jungen auf der Suche nach Antworten nicht weiter bedrängen durfte. Wahrscheinlich stand er, der die Gefahren der Höhle kannte, größerer Ängste aus als sie. Und recht betrachtet, konnte ihnen ein Themenwechsel nicht schaden. Noch etwas, begann sie. In Cravenmore, als ich in dieses Zimmer kam, habe ich dort etwas gesehen. Etwas über Alma Maltis. Ismail warf ihr einen unergründlichen Blick zu. Ich glaube, ich glaube, Alma Maltis und Alexandra Jeanne sind ein und dieselbe Person. Alma Maltis war Alexandras Mädchenname, bevor sie Lazarus heiratete. Das ist unmöglich. Alma Maltis ist vor Jahren vor der Leuchtturminsel ertrunken, warnte Ismail ein. Aber ihre Leiche wurde nie gefunden. Es ist unmöglich, beharrte der Junge. Als ich in diesem Zimmer war, habe ich ein Bild von ihr gesehen, und da lag jemand im Bett, eine Frau. Ismail rieb sich die Augen und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Einen Moment, mal angenommen, du hättest recht. Mal angenommen, Alma Maltis und Alexandra Jeanne wären ein und dieselbe Person. Wer ist dann die Frau, die du auf Cravenmore gesehen hast? Wer ist die Frau, die all diese Jahre unter der Identität von Lazarus kranker Frau dort gelebt hat? Ich weiß es nicht. Je mehr wir über diese Sache herausfinden, desto weniger verstehe ich. Und da ist noch etwas, das mich beschäftigt. Was hat diese Figur zu bedeuten, die wir in der Spielzeugfabrik gesehen haben? Es war eine Nachbildung meiner Mutter. Schon bei dem Gedanken stehen mir die Haare zu Berge. Lazarus baut eine Puppe mit dem Gesicht meiner Mutter. Eiskaltes Wasser umspülte ihre Knöchel. Seit sie dort saßen, war der Meeresspiegel mindestens eine Handbreit angestiegen. Die beiden wechselten einen erschreckten Blick. Das Meer donnerte erneut und ein Wasserschwall schwappte in den Höhleneingang. Es versprach eine sehr lange Nacht zu werden. Um Mitternacht hatte sich ein Nebelschleier über die Klippen gelegt, der nun Stufe für Stufe vom Anleger zum Haus am Kapp hinaufkroch. Auf der Veranda baumelte noch die Öllampe, deren Licht nur noch müde flackerte. Abgesehen vom Rauschen des Meeres und dem Rascheln der Blätter im Wald herrschte absolute Stille. Dorian lag im Bett, in der Hand ein kleines Glas mit einer brennenden Kerze darin. Er wollte nicht, dass seine Mutter das Licht sah, und außerdem hatte er nach dem Vorgefallenen kein Vertrauen mehr in seine Nachttischlampe. Die Flamme flackerte launisch in seinem Atem wie eine tanzende Feuerelfe. Lichtreflexe ließen in jeder Ecke unerwartete Formen erstehen. Dorian seufzte. In dieser Nacht würde er für kein Geld der Welt ein Auge zutun können. Kurz nachdem Lazarus sich verabschiedet hatte, hatte Simon einen Blick in sein Zimmer geworfen, um sich zu vergewissern, dass es ihm gut ging. Dorian hatte sich vollständig angezogen, unter die Bettdecke gekauert und eine seiner Glanzvorstellungen vom süßen Schlaf der Gerechten gegeben. Daraufhin war seine Mutter zufrieden, in ihrem Schlafzimmer verschwunden, um seinem Beispiel zu folgen. Seitdem waren Stunden vergangen, wenn nicht gar Jahre, wie es dem Jungen vorkam. Die nicht enden wollende Nacht hatte ihm Gelegenheit gegeben, sich darüber klar zu werden, dass seine Nerven gespannt waren wie die Seiten eines Klaviers. Bei jedem Lichtschein, jedem Knarren, jedem Schatten begann sein Herz wie wild zu rasen. Langsam wurde das Licht der Kerze schwächer, bis nur noch ein blaues Flämmchen übrig blieb, dessen fahler Schein kaum noch die Dunkelheit durchdrang. Augenblicklich legte sich wieder Finsternis über den Raum, aus dem sie nur widerstrebend gewichen war. Dorian konnte spüren, wie das heiße Wachs hinuntertropfte und in dem Glas erkaltete. Vom Nachttisch aus beobachtete ihn schweigend der Bleiengel, den Lazarus ihm geschenkt hatte. Ist ja schon gut, dachte Dorian und beschloss, zu seinem bevorzugten Mittel gegen Schlaflosigkeit und Albträume zu greifen, etwas zu essen. Er schlug die Bettdecke zurück und stand auf. Er hatte entschieden, auf Schuhe zu verzichten, um das Knachen, Knarzen und Knacken zu vermeiden, dass seine Füße förmlich anzuziehen schienen, wann immer er vorhatte, lautlos durch das Haus am Kapp zu schleichen, und nun nahm er seinen ganzen Mut zusammen und tappte auf Zehenspitzen quer durchs Zimmer zur Tür. Die Klinke herunterzudrücken, ohne dass das übliche Mitternachtskonzert rostiger Türangeln einsetzte, kostete ihn zehn lange Sekunden, aber es war die Mühe wert. In Zeitlupe öffnete er die Tür und prüfte, ob die Luft rein war. Der Flur lag im Dunkeln und die Treppe zeichnete sich als Schatten an der Wand ab. Kein Staubkörnchen regte sich in der Luft. Dorian zog die Tür hinter sich zu und schlich vorsichtig bis zum Treppenabsatz an Iréns Zimmer vorbei. Seine Schwester war vor Stunden unter dem Vorwand, sie habe rasende Kopfschmerzen schlafen gegangen, obwohl Dorian vermutete, dass sie noch Lars oder alberne Liebesbriefe an diesen Fischer schrieb, mit dem sie neuerdings mehr Stunden verbrachte, als ein Tag lang war. Seit er sie in Simons Kleid gesehen hatte, wusste er, dass von ihr nur noch eines zu erwarten war. Probleme. Während er wie ein Indianer auf der Pirsch die Treppe hinunterschlich, schwor sich Dorian, dass er mehr Haltung an den Tag legen würde, sollte er eines Tages die Dummheit begehen, sich zu verlieben. Frauen wie Greta Gabo machten sich nichts aus solchen Blödsinn wie Liebesbriefchen und Blumen. Er mochte ein Feigling sein, aber ein Lackaffe? Niemals. Im Erdgeschoss angelangt, stellte Dorian fest, dass eine Nebelbank das Haus umgab und die Schwaden den Blick aus allen Fenstern verwehrten. Das Lächeln, mit dem er sich auf Kosten seiner Schwester lustig gemacht hatte, verflog. Kondensiertes Wasser, sagte er sich. Es ist nur kondensiertes Wasser, das sich niederschlägt. Elementare Chemie. Nach dieser beruhigenden, wissenschaftlichen Erklärung achtete er nicht weiter auf den Nebel, der durch die Fensterritzen kroch und in die Küche waberte. Dort stellte er fest, dass die Romanze zwischen Irene und ihrem schwarzen Corsat auch ihre positiven Seiten hatte. Seit sie sich mit ihm traf, hatte seine Schwester die Schachtel mit der köstlichen Schweizer Schokolade nicht mehr angerührt, die Simone in der zweiten Schuhplatte des Vorratsschranks aufbewahrte. Er leckte sich über die Lippen wie eine Katze und machte sich über die erste Praline her. Die köstliche Geschmacksexplosion von Trüffel, Mandel und Kakao trübte ihm die Sinne. Was ihn betraf, war Schokolade nach der Kartografie, die wohl großartigste Erfindung der Menschheit, insbesondere Pralinen. Ein erfinderisches Volk, die Schweizer, dachte Doria. Uhren und Schokolade, die Essenz des Lebens. Ein plötzliches Geräusch riss ihn auf einen Schlag aus seinen angenehmen Überlegungen. Wie erstarrt hörte Doria erneut das Geräusch und die zweite Praline glitt ihm aus den Fingern. Jemand klopfte an der Tür. Der Junge versuchte zu schlocken, aber sein Mund war ganz trocken. Erneut waren zwei präzise Schläge gegen die Haustür zu vernehmen. Doria ging ins Wohnzimmer, ohne den Blick vom Eingang abzuwenden. Nebel kroch unter der Türschwelle hindurch. Wieder wurde zweimal an die Tür geklopft. Doria blieb davor stehen und zögerte kurz. »Wer ist da?«, fragte er mit gebrochener Stimme. Erneutes zweimaliges Klopfen war die einzige Antwort, die er erhielt. Der Junge trat ans Fenster, doch durch die Nebeldecke war nichts zu sehen. Es waren auch keine Schritte, auf der Veranda zu hören. Der Unbekannte war gegangen. Vielleicht ein Wanderer, der sich verlaufen hatte, dachte Doria. Er wollte gerade in die Küche zurückgehen, als das zweimalige Klopfen erneut zu vernehmen war, diesmal jedoch an der Fensterscheibe, kaum zehn Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Ihm blieb fast das Herz stehen. Doria wich langsam in die Mitte des Wohnzimmers zurück, bis er rückwärts gegen einen Sessel stieß. Instinktiv packte der Junge einen Kerzenleuchter aus Metall und hielt ihn vor sich. »Geh weg«, flüsterte er. Für Sekundenbruchteile schien sich in dem Nebel auf der anderen Seite der Fensterscheibe ein Gesicht zu formen. Dann plötzlich stieß ein heftiger Windstoß das Fenster auf. Eisege Kälte drang Doria durch Mark und Bein und entsetzt beobachtete er, wie sich ein schwarzer Fleck auf dem Boden ausbreitete. Ein Schatten. Die Masse kroch auf ihn zu und nahm allmählich Gestalt an, richtete sich vom Boden auf wie eine Marionette aus Finsternis, die von unsichtbaren Fäden gehalten wurde. Der Junge versuchte mit dem Kerzenleuchter nach dem Eindringen zu schlagen, doch das Metall ging einfach durch den dunklen Schemen hindurch. Doria trat einen Schritt zurück, und der Schatten legte sich über ihn. Zwei Hände aus schwarzem Nebel umfassten seinen Hals. Er spürte die eisige Berührung auf seiner Haut. Die Umrisse eines Gesichts zeichneten sich vor ihm ab. Ein Schauder durchlief seinen ganzen Körper. Eine knappe Handbreit vor seinem Gesicht erschien das Antlitz seines Vaters. Armand Sauvel lächelte ihm zu, ein Wolfsgrinsen, grausam und voller Hass. »Hallo, Doria, ich bin gekommen, um Mama zu holen. Bringst du mich zu ihr, Doria?« raunte der Schatten. Der Klang dieser Stimme ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Das war nicht die Stimme seines Vaters. Diese dämonisch glühenden Lichtpunkte waren nicht seine Augen, und auch diese langen, spitzen Zähne, die zwischen den Lippen hervorbleckten, gehörten nicht Armand Sauvel. »Du bist nicht mein Vater.« Das Wolfsgrinsen des Schattens erlosch und das Gesicht zerfloss wie Wachs in der Flamme. Ein hasserfülltes tierisches Brüllen gelte ihm in den Ohren, und eine unsichtbare Kraft schleuterte ihn ans andere Ende des Zimmers. Doria krachte gegen einen der Sessel, der dabei umfiel. Benommen rappelte sich der Junge wieder auf, um gerade noch zu sehen, wie der Schatten die Treppe hinaufkroch. Eine zum Leben erwachte Teerpfütze, die nun die Stufen erklomm. »Mama«, schrie Doria und stürzte zur Treppe. Der Schatten blieb stehen und starrte ihn an. Seine Obsidianlippen formten unhörbar ein Wort. Seinen Namen. Da zerbarsten die Fensterscheiben im ganzen Haus in einem Schauer tödlicher Scherben, und der Nebel strömte heulend in das Haus am Kap, während der Schatten weiter in den ersten Stock hinaufglitt. Doria stürzte hinter diesem gespenstischen Gebilde her, das über den Boden auf Simons Schlafzimmertür zugroch. »Nein! Fass meine Mutter nicht an!« Der Schatten grinste, und im nächsten Moment wurde die schwarze Masse zu einem Strudel, der im Türschloss des Schlafzimmers verschwand. Danach folgte eine Sekunde tödlicher Stelle. Doria rannte auf die Tür zu, doch noch bevor er sie erreichen konnte, wurde sie mit der Stärke eines Hurricanes aus den Angeln gehoben und zerschellte mit Wucht am Ende des Flurs. Doria warf sich zur Seite und konnte um Haares Breite ausweichen. Als er sich wieder aufrichtete, bot sie seinen Augen ein albtraumhafter Anblick. Der Schatten wanderte über die Wände von Simons Zimmer. Die Umrisse seiner Mutter, die schlafend auf dem Bett lag, zeichneten sich gleichfalls als Schatten an der Wand ab. Doria beobachtete, wie der dunkle Schem in die Wände entlang glitt und die Lippen dieser Erscheinung diejenigen des Schattens seiner Mutter berührten. Simons wälzte sich im Schlaf hin und her, auf geheimnisvolle Weise in einem Albtraum gefangen. Zwei unsichtbare Hände packten sie und hoben sie vom Laken hoch. Doria stellte sich ihnen in den Weg. Wieder wurde er mit unbezähmbarer Wut weggestoßen und aus dem Zimmer geschleudert. Mit Simon in den Armen verschwand der Schatten rasch die Treppe hinunter. Doria kämpfte darum nicht, das Bewusstsein zu verlieren, rappelte sich wieder auf und verfolgte ihn ins Erdgeschoss. Die Erscheinung wandte sich um und für einen Moment starrten sich beide an. »Ich weiß, wer du bist«, murmelte der Junge. Ein neues, ihm unbekanntes Gesicht wurde sichtbar. Das Antlitz eines jungen, gutaussehenden Mannes mit leuchtenden Augen. »Gar nichts weißt du«, sagte der Schatten. Doria beobachtete, wie die Augen der Erscheinung durch den Raum schweiften und an der Kellertür haften blieben. Die alte Holztür öffnete sich plötzlich, und der Junge spürte, wie er von einer unsichtbaren Macht dorthin geschoben wurde, ohne dass er etwas tun konnte, um es zu verhindern. Er stürzte die Treppe hinunter, der Finsternis entgegen. Die Tür schloss sich wieder wie eine unverrückbare Grabplatte. Doria wusste, dass er in den nächsten Sekunden bewusstlos werden würde. Er hörte den Schatten lachen wie einen Schakal, während er seine Mutter durch den Nebel zum Wald schleppte. Je höher die Flut in der Höhle stieg, desto deutlicher spürten Irene und Ismail, wie sich die tödliche Schlinge immer enger um sie zog, eine erstickende, tödliche Falle. Irene hatte schon den Moment vergessen, als das Wasser ihnen ihre vorläufige Zuflucht auf dem Felsen genommen hatte. Ihre Füße fanden keinen Halt mehr. Sie waren nun auf die Gezeiten und ihr eigenes Durchhaltevermögen angewiesen. Die Kälte verursachte starke Schmerzen in den Muskeln, ein Schmerz wie von tausend Nadeln, die sich in ihr Innerstes bohrten. Sie begann das Gefühl, in den Händen zu verlieren, und die Erschöpfung griff mit bleienden Krallen nach ihr, die sie an den Knöcheln zu packen und nach unten zu ziehen schienen. Eine innere Stimme flüsterte ihr zu, aufzugeben und sich dem friedlichen Schlaf zu überlassen, der sie unter Wasser erwartete. Ismail hielt das Mädchen an der Wasseroberfläche und merkte, wie ihr Körper in seinen Armen zitterte. Wie lange er so durchhalten würde, hätte er nicht sagen können, und noch weniger, wie lange es noch dauerte, bis der Morgen kam und sich die Flut zurückzog. »Nicht die Arme hängen lassen! Beweg dich! Hör nicht auf, dich zu bewegen!« keuchte er. Irene nickte am Rand der Bewusstlosigkeit. »Ich bin müde«, murmelte sie beinahe im Delirium. »Nein, du darfst jetzt nicht einschlafen!« Irene blickte ihn aus halb geöffneten Augen an, ohne ihn wirklich zu sehen. Er streckte den Arm aus und tastete an der felsigen Decke entlang, bis zu der sie die Flut emporgetragen hatte. Die Binnenströmung trieb sie von der Öffnung in der Kuppel weg immer tiefer in die Höhle hinein und verwehrte ihnen so den einzig möglichen Fluchtweg. So sehr er sich auch anstrengte, sich unter der Öffnung zu halten, es gab keine Möglichkeit, sich festzuklammern und so zu verhindern, dass die Strömung sie mit unaufhaltsamer Kraft davontrieb. Sie hatten kaum noch Raum zum Atmen. Und die Flut stieg erbarmungslos weiter. Iréns Gesicht sank auf das Wasser. Ismael packte sie und zog sie an sich. Das Mädchen war völlig benommen. Er wusste von stärkeren und erfahreneren Männern, die so den Tod gefunden hatten, draußen auf dem Meer. Gegen die Kälte war man machtlos. Dieser tödliche Mantel lähmte die Muskeln und vernebelte den Verstand, während er geduldig abwartete, dass sich das Opfer seinem Ende ergab. Ismael schüttelte das Mädchen und drehte es zu sich um. Sie stammelte sinnentleert vor sich hin. Ohne lange zu zögern, gab Ismael ihr eine kräftige Ohrfeige. Irén öffnete die Augen und schrie entsetzt auf. Für einige Sekunden wusste sie nicht, wo sie war. Im Dunkeln von eisigem Wasser umgeben und in den Armen eines Fremden glaubte sie, in ihrem schlimmsten Albtraum aufzuwachen. Dann fiel ihr alles wieder ein. Cravenmoor, der Engel, die Grotte. Als Ismael sie umarmte, konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. Sie schluchzte wie ein verängstigtes Kind. »Lass mich nicht hier sterben.« Für den Jungen waren ihre Worte wie ein vergifteter Dolchstich. »Du wirst hier nicht sterben. Ich verspreche es dir. Das werde ich nicht zulassen. Die Flut wird bald zurückgehen und vielleicht läuft die Höhle nicht ganz voll. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Nur noch ein kleines bisschen. Dann kommen wir hier raus.« Irén nickte und umarmte ihn noch fester. Ismael hätte seinen Worten gerne genauso geglaubt wie seine Begleiterin. Lazarus Jeanne stieg langsam die Stufen der Haupttreppe von Cravenmoor hinauf. Die Aura einer fremden Gegenwart schwebte unter dem Lichtkegel der Kuppellaterne. Er bemerkte es am Geruch der Luft, an dem Gewehr aus silbrigen Staubteilchen, das sichtbar wurde, wenn das Licht darauf fiel. Als er den zweiten Stock erreichte, fiel sein Blick auf die Tür am Ende des Korridors auf der anderen Seite des Vorhangs. Die Tür stand offen. Seine Hände begangen zu zittern. »Alexandra?« Der kalte Lufthauch bewegte die Vorhänge in dem finsteren Korridor. Eine dunkle Vorahnung überkam ihn. Lazarus schloss die Augen und fasste sich an die Seite. Ein stechender Schmerz durchfuhr seine Brust und breitete sich in den rechten Arm aus wie Feuer, das seine Nerven zu brennendem Staub verglühen ließ. »Alexandra!« stieß er erneut hervor. Lazarus rannte zu der Tür und blieb auf der Schwelle stehen, als er die Spuren des Kampfes und die zerschmetterten Fenster sah, durch die ungehindert der kalte Nebel eindringen konnte, der vom Wald herüberwehte. Er ballte die Faust, bis er merkte, wie sich die Fingernägel in die Handfläche bohrten. »Verflucht sollst du sein!« Nachdem er sich den kalten Schweiß von der Stirn gewischt hatte, trat er an das Bett und schlug mit unendlicher Behutsamkeit die Vorhänge beiseite. »Es tut mir leid, mein Liebling«, sagte er, während er sich auf die Bettkante setzte. »Es tut mir leid.« Ein merkwürdiges Geräusch fesselte seine Aufmerksamkeit. Die Zimmertür schwang langsam hin und her. Lazarus stand auf und näherte sich vorsichtig der Tür. »Wer ist da?« Er erhielt keine Antwort. Aber die Tür bewegte sich nicht mehr. Lazarus trat ein paar Schritte in den Flur hinaus und spähte in die Dunkelheit. Als er das Zischen hinter sich hörte, war es schon zu spät. Ein heftiger Schlag ins Genick ließ ihn halb bewusstlos zu Boden gehen. Er spürte, wie er an den Schultern gepackt und durch den Flur geschleift wurde. Für einen flüchtigen Moment nahmen seine Augen eine Gestalt wahr. Es war Christian, der das Hauptportal bewachte. Der Automat wandte ihm das Gesicht zu. Ein grausamer Glanz lag in seinen Augen. Dann verlor Lazarus das Bewusstsein. Als ich die Strömung zurückzog, die sie die ganze Nacht hindurch erbarmungslos ins Innere der Grotte gezogen hatte, wusste Ismael, dass der Morgen nicht mehr weit war. Die unsichtbaren Hände des Meeres ließen ihre Beute allmählich los, sodass es ihm nun möglich war, die bewusstlose Irene in den höher gelegenen Teil der Grotte zu bringen, wo der Wasserspiegel ihnen eine kleine Luftblase zum Atmen übrig ließ. Als die Helligkeit draußen, die von dem sandigen Grund zurückgeworfen wurde, einen schwachen Lichtstrahl ins Innere der Höhle schickte und die Flut den Rückzug antrat, stieß Ismael einen Freudenschrei aus, den niemand hören konnte, nicht einmal seine Begleiterin. Der Junge wusste, dass die Höhle selbst ihnen den Weg nach draußen in die Lagune weisen würde, sobald der Wasserspiegel zu sinken begann. Bereits seit mehreren Stunden, zweifelleicht, hielt sich Irene nur noch mit Ismaels Hilfe über Wasser. Dem Mädchen gelang es kaum noch, wach zu bleiben. Ihr Körper zitterte nicht mehr, sondern wiegte sich einfach nur auf den Wellen wie ein liebloser Gegenstand. Während er geduldig abwartete, dass die Eppe den Eingang freigab, wurde Ismael klar, dass Irene wäre er nicht dagewesen, schon vor Stunden gestorben wäre. Während er sie über Wasser hielt und ihr aufmunternde Worte zuflüsterte, die das Mädchen nicht verstehen konnte, erinnerte sich der Junge an die Geschichten, die die Seeleute über Begegnungen mit dem Tod erzählten, und dass, wenn einer einem anderen auf See das Leben rettete, ihre Seelen für immer durch ein unsichtbares Band verbunden blieben. Allmählich wurde die Strömung schwächer, und Ismael konnte mit Irene im Schlepptau durch den Ausgang der Grotte in die Lagune schwemmen. Im bernsteinfarbenen Licht des Sonnenaufgangs, das sich den Horizont entlang zog, brachte der Junge sie ans Ufer. Als das Mädchen benommen die Augen aufschlug, blickte sie in Ismaels Gesicht, der sie lächelnd ansah. »Wir sind am Leben«, murmelte er. Irene fielen vor Erschöpfung die Augen wieder zu. Ismael blickte ein letztes Mal in den Himmel und betrachtete das Morgenlicht über dem Wald und den Klippen. Es war das schönste Schauspiel, das er je in seinem Leben gesehen hatte. Dann sank er langsam neben Irene in den weißen Sand und überließ sich der Müdigkeit. Nichts hätte sie aus diesem Schlaf aufwecken können. Nichts. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020